It's time for World on the Ground Wrestling. So, der Referee macht das am liebsten, tut Frauen begrapschen. Seid ihr bereit? Kampf frei! Oh, ein Hint! Seid ihr gesund! Reiß sie an den Ohren! Das war nicht nett! Jetzt kommt es aus Abina! Sieht aus! Also gut, es kristallisiert sich heraus, wo die Fans dahinter stehen. Das war jetzt der Entste... Oh! Kräftemessen! Oh! Die Stöße! Oh! 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 Hier geht die Schuhe da! Oh! So, Mumboots waren für 30 Jahre modern! Ich weiß, wo kann ich reden! Da liegt schon wieder die Steppe! Oh! 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 Wo? Juhh?! Oh, bei uns heißt es Polizeigriff. Das ist pure Polizeigewalt, Frau Paula. Oh, hier kommt er mit einem Snapbear und einem Slipper holt. Gibt's auf? Sie gibt nicht eine große Befreiung und wieder im... Also das ist jetzt wirklich Polizeigriff. Er hat es Lippe holt und... Aufkommen! Hau dir! 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 Number One! Hau dir! Hauтор! Zeit hat loppt, äh Entschuldigung. Wieso blinkt der linke unter der rechte nicht? Keine Aufgabe, Entschuldigung. Ich bin abgelehnt, sorry! Oh, und schon steht sie wieder, also auch nicht auf uns. Vielleicht sollte er sie jetzt hin schütteln. Doch nicht, oh je, wie ein Schlepper. Oh, ein schöner Kick. Es gibt noch immer kein Karma. Aufgabe Grief, ein Hamba! Gib sie ab! Herr Bauer, du gib ab! Seine Aufgabe! Selly! 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 Wo schreit sie denn? Die heißt Bauer. Ja, Selly! Das ist ja der Du mit der Selina Bauer. Bauer! Jetzt wirst du sauer schreien. Waren sie nicht verboten! Auf und hoch! Hey, lasst die Vereinrichtung stehen bitte, ja? Oh, hey! Das ist ja alles. Bissl des Mito-Gessen aus der Prübing ist auch okay. Herr Kuhn! Kämpf nicht zurück! Ein Net-Pweikel! Ein Cover! Gibt's doch immer nicht! Auch wenn's der Sundrast ist, kein Cover! Eiii! Ah, ein Full-Nelson! Aufgabe, Frau Bauer? Ah, Bauer, Entschuldigung! Eiii! Ich hab's eh! Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur eine schlechte Aussprache! Keine Aufgabe! Keine Aufgabe! Was hast du gesagt? Was willst du bitte? Zwei! Zwei! Drei! Steh auf! Vier! Achso, ja, sie ist halt scheit worden bis Vier. Ja, okay. Warum auch immer! Ja, fünf Minuten! Oh! 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 Bei drei kommt Selina Bauer wieder hoch. Das geht los und ist der Entfang. 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 Und... Steffi Sternerboden! Und wir gewann das Bild! Wie viel? Drei! Drei! Vier! Fünf! Und schon steht sie wieder! Oh! Oh! Power! 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 Nicht Power! Puh! Nicht Buh! Power! Power! Oh! Krachert's macht und unten legt sie. Zwei! Oh! Eines! Und das mit den Haarigen Schuch, da kriegt man keine Luft mehr, glaubt's mir. Also Ferne... Fünf! KÖS. Fünf! KÖS. 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 Und ... Ja, bei 8,3 steht sie wieder, wie er ehrt bin. So, ein Stairdown. Bring sie an! Ja, auf dem Boden liegen wir. Also, es ist zwar nicht illegal, aber es ist halt nicht die feine Englische, sag' ich einmal. Keine Aufgabe. Go away, Schüri! Nein, du bist in der Familie! Jawohl! Ja, auf der Bisschen Draco! Sieger in der Kaffestorff-Aufgabe! Selina Power! Ja, auf der Bisschen ist! Ja, auf der Bisschen Draco!